Hallo Leute, ich melde mich zurück hier mit Heroes of the Storm Lang SCR und mit mir dabei ist der Maggi. Und heute ist ein ganz spezieller Tag, wie nennt er sich? Sonntag? Ich glaub, er hat keinen. Es ist Weltsonntag. Und das besondere ist heute, man kann wohl jeden Helden spielen. Und ich habe mich für den, ich weiß nicht wie er sich spricht, der Hacker entschieden, also so eine Art Serk. Die Schlacht beginnt in... Das von Mitte gehen nicht alle auch ein. Bleib ich hier beim Maggi, hier beim Grizzly. Und wir gucken mal, ich hab keine Ahnung, ich spiel den mal wieder blind. Oh, die wollen jetzt fort. Achso. Ich muss gehen, hier ist ein Sieg mit mir. Ich könnte doch mal aufsteigen, oder? Kann ich aufsatteln überhaupt nicht? Ich kann gar nicht aufsatteln. Hm. Ich mach mal die, die Regeneration. Ah, so ist das gemeint. Easy. Also das Weg fällt mir schon mal gut. Und eingraben ist auch bestimmt nicht so ein Scheiß. Die alten Schreine erwachen. Kontrollieren sie. Und setzt den Drachenritter frei. Das ist so eine Art... Ich bin nicht unverwundbar für eine kurze Zeit. Easy. Oh, das ist eigentlich eine sehr nice Kombi. Das mit dem Q und dann dem B. Ich hatte noch gar nicht... Machen wir mal Kaffee ist da jetzt. Wollen wir mal irgendwo hin? Oben. Kannst du mich aufsatteln? Doch. Ja, ich... Ich kann halt nicht aufsatteln oder so, ne? Ich hab halt kein Vieh. Da freuen sie sich nicht. Oh, hier oben sind zwei Sivanas und Lili. Ja, wir müssen auf. Nehmen wir die gebürstet? Ne, ne? Ich geh mal hinterher. Ja, weg, 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 weg. So, ich geh mal hier in den Busch. Ah, leckes Todes! Mh, hab ich auch. Muss man mich kurz einbuddeln? Kann ich leider nicht heilen. Hau ab, ne. Muss man auch mal welche von diesen Dingern holen. So, wir haben Gitter geholt, ja? So, wir können mal diese... ...diese Platz hier holen. Ähm... Ja, ich trage mich mal. Bleiben wir hier erstmal oben? Mhm. Ich hab ja nicht mehr so viel Ahnung vom Spiel, deshalb... Überlasse ich den Magi erstmal so ein bisschen hier. Na, vielleicht hätten wir wohl mit erhelfen sollen. Ne, ne... Die Blind pushen ja schon noch... So, heu, 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 heu... Weg, 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 weg. Fahr aus. Oh... Oh, da ist er spät geworden. Ich mach ein bisschen... Mitte sind zwei... Jetzt habe ich kein Mana. Ist schon total ungewöhnlich. Und ich hier kein Gold kriege. Wie toll. Na, was ist denn nicht... Ja, Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht. Ah ja, ist ja nicht. Ist weg. Ja, ich kann dich nicht mehr heilen. Gut, wenigstens, dass du überlebt. Nicht. Ah, jetzt ist immer ne Einblendung, wer einen getötet hat, ne? Ja. Alles klar. Also es ist ein bisschen dran gearbeitet worden, an der Optik und an der Übersichtlichkeit hier, mit ein paar Sachen, finde ich eigentlich ganz nett. Aber ist halt, wenn man denkt, MOBA ist MOBA, ich bin im Moment echt auf LOL geeicht. Wollen wir mal das Hardcamp holen? Den Drachenritter beherrschen. Dann, äh, kann ich nur sagen, nein. Was nein? Ich glaube, es ist nicht gleich, wie zum Beispiel soll. Es ist ein ganz anderes Spiel. Ja, das stimmt. Ich finde, das ist einfach schön schnell. Es ist schneller. Und bret deren Feinden den Tod. So. So, wir müssen oben. Klar, es ist, dass keine Vieh mich auf den Rücken lässt, aber trotzdem. Ich boxe die Lilly mal ein bisschen, ja. Wow, die haben auch hier Hardcamp. Oho. Ich bin hier. Oho. 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 Kannst du mich heilen hier oben rüber? Oho. 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 Vorsicht. Ja, okay. Gehen wir erstmal auf die. 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 Oho. Das war ein Schaden. Ich geh mal zum Brunnen. Ich hoffe, das klicken meiner Maus ist nicht zu laut, aber ich befürchte. Oh. Haben sie die Heilung vom Brunnen hochgesetzt? Oho. Oho. Das weiß ich gar nicht. Haben sie? Ich guck mal, ob ich sie ziehen kann. I have to go. Ich bin ein bisschen demobil, sag ich einfach mal. Vielleicht kann ich die Lilly in die Filme ziehen. Yes, tatsächlich. Ich geh mal unten. Hä? Ja, ich geh mal Mitte raus pushen. Ja, oder ich push jetzt Open Sylvanas. Ich kann mich zu jedem Gebüsch porten. Ist das geil. Ist das geil. Ist das eine Ultima-Fähigkeit oder was? Ne, das ist die Y. Gibt's jetzt auch? Was weiß ich, ne halbe Minute Abkriegzeit oder so? Achso, ja. Deshalb kannst du wahrscheinlich nicht mehr absetzen. Das ist witzig. Ja, ja, genau. Dafür kann ich in den Busch rein. Das ist doch cool. Ich sag mal, du kannst auch gleich downen. Wo bist du? Ja, die Mitte. Da ist jetzt weg. Ja, Mitte sind drei. Das ist aber geil. Da bin ich total... Ich geh unten. Cardcamp holen. Weil das ist ja mein Vorteil. Oh, hier sind jetzt... Oben? Oben sind drei. Egal. Ich hab's geschafft. Oben sind drei und die Abatur Fakes sag ich mal. Aber dadurch kann ich auch immer backporten. Ich bin ja ganz schnell wieder da, wo ich hin bin. Das ist sehr gut. Mhm. Ah! Abatur unten, ne? Kleines Camp. Oben, oben, oben muss man gegenpuschen. Ja. Aber mir ist auch ein Arsch voll, ne? Ich komm mal von hinten rein. Seid ihr bereit? Ja. Ja, ich bin fast down. Ich kann dich heilen. Hä? Ich hab mir halt meine Ulti. Die sollte dich heilen können. Okay. Die Waffe soll nicht länger ruhen. Entfesselt seine Macht. Hardcamp? Hardcamp, oder? Ja. Also so viel Schaden? Oh, die macht er nicht. Ja. Nicht? Wird dafür überhaupt viel aus, oder was? Nö, auch nicht. Okay. Ich weiß nicht, ich kann das nicht so sagen mittlerweile. Das ist ja doch der Neueste, ne? Ja, der wird auch noch angepasst werden. Ich glaub, der ist ganz nice. Ich geh... Wohin soll ich porten? Äh, wir kriegen oben schon. Oben müssen wir den Tempel holen, oder? Ja, dann geh ich oben. Geben auch mal oben. Ich interrupte da oben. Scheiße. Dann lass uns hier den... Oh, 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 oh. Oh nein, warte, komm zu mir, komm zu mir in andere Richtung. Oh, schade. Wo bist du denn? So. Ihr wisst nicht, was euch erwartet. Hm. Ja, ja. Oh, die haben ja noch einen Turm hingesetzt. Die haben's ein bisschen echt verändert. Ähm. Ich werde nicht in dieses Gefängnis zurückkehren. Nein! Ja, ich hab keine Ahnung, was hier ist. Äh, sag was an. Ja, hier sind Türten. Wir müssen Illidan mal aufhalten, ne? Ja. Ach, lösch dich. Ja, grün. Wir gehen neben nur ein bisschen von hinten rein, oder? Ja, ja, ja. Ich brauche das. Ja, ja, ich brauche das. So, wenn ich das eine... Hier, Lowcamp. Alle nehmen und weg. Nichts. Andere Lowcamp auch noch? Ja. Boah. Und erwerft diese Seltner. Ähm. Ich geh zum Illidan. Genau so. Der Hardcamp unten. Illidan, kommst du euch? Oh, hier ist der andere Galafiki, oder wie ist der? Nein, da ist nicht Galafiki. Ne, wir müssen back da. Back, 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 back. Ich heil dich aber gleich. Ja, freu dich. Jetzt. Ballon. Oh. Ich kommt nicht ein Gramm. Schade. Ja, okay. Ulti hab ich auch noch nicht raus. Heilt den. Ach so. Ach so? Ach so. Heilt den Helden nach 5 Sekunden. Um 60% der Schadenszene während der Zeit endet. Äh, ich kann dich gar nicht heilen. Ich kann nur mich heilen. Und das muss ich genau timen. Also wenn ich reingehe, bevor ich reingehe, muss ich das quasi machen. Okay. Okay. Ähm. Hier. Ah, da liegen noch zwei Blutze vor. Oh nein. Hier oben. Ich geh hier oben und nicht. Hardcare pushen. Ah es sieht schon wieder nicht so gut aus. 3 levels. Auf Temple ne? Oh oh. everybody dies why ein graben heilt ich sehe nichts auf der karte die sind glaube ich ja die gehen nach unten was machen wir ja auf jeden fall gut ich gehe fort nach unten ich gehe fort nach unten ich gehe fort nach unten Weiß, Scheiße. Dieser Kack-Abatur. Oh, null. Null Kills. Interessant. Hat noch... Nee, hat keinen Zweck mehr. Ja doch, noch hat's... Ja, noch hat's... Rili macht Scheiße in der Mitte. Easy. Gut. Ich komm zu dir. Oh, hier ist schon wieder der Verkackte. Der Verkackte ist hier. Ich komm zu euch. Spürt den Hass von 10.000 Jahren. So, ich versuch mir den Illidan. Boah, der ist aber auch krass, ne? Ja, der ist mit Abatur sitzt drauf, ne? Machst du da mal nix? Ich muss noch ein bisschen Heilung geben. So, äh, Drache. Hier haben wir schon zweite... Zweite Ulti. Hier, die, die... Woaah! Aaaaah! Die, die! Das war dumm wieder. Naja, das geht. Nein! Ah, ist eher in den Arsch gerettet. Das war dumm von denen. Die haben die Base direkt angegriffen. Super. So, ich bin geheilt und greife... Oh, schade. Ah, schade. Ja, das ist gut. Die kommen jetzt wieder in der Mitte durch wahrscheinlich, ne? Ja, lass mal Hardcamp holen. Typen, das machen die. Jupp. Nein, Vorsicht. Weg, 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 weg. Boah, so schnell kann ich mich nicht beigaben. Keine Chance, ey. Der Evidan ist der schlimmste Ficker, den wir hier haben, ey. Es gibt es nicht, ehrlich. Wessen Schritt? Ah. Ja, genau. Weil der nicht da ist. Richtig. Ja, wenn man jetzt echt lange Pause gemacht hat, stimmt schon. Du auch? Ja. Also ich... Ja, ich... Ja, ich... Ja, auf jeden Fall. Zwischendurch gezockt. Naja, okay. Das war das erste Match. Seit ganz, ganz langer Zeit. Ich finde den Champion gar nicht so scheiße. Ich spiele nur scheiße. Und das mit dem... Mit dem Porten hätte ich natürlich vorher gesagt. Der Drache wird wissen müssen. Das ist der Unterschied, wenn man, wie ich blind spielt oder der Magi, der sich vorher alles durchzieht. Mhm. Gerade noch drüber gesprochen. Fertigkeiten. Naja, macht nix. Ich guck mal, vielleicht zeig ich auch nochmal den anderen neuen. Mal gucken. Bewerten. Bewerten. Dein Spielerlebnis. Null. Stern. Ein. Nein. Zwei. Oh. Ich kann nicht mehr steigern. Scheiße. Aber. Das Biest auf Level 2 gebracht. Immerhin. Gut. Danke fürs Zuschauen. Äh. Ich denke mal, es kommen wieder ein paar Folgen Heroes of the Storm. Ich weiß nicht, ob immer mit Kollegen. Oder auch manchmal alleine. Da muss ich mal gucken. Äh. Ansonsten schreibt mal drunter, was ich spielen soll. Wenig spielen soll. Und schaltet beim nächsten Video wieder ein. Bis dahin. Macht's gut. Ciao. Ciao.